Wir haben uns entschieden, noch einen Tag hier zu bleiben, weil es so schön ist. Wir machen gerade unser Frühstück mit Speck und Zwiebeln und Tometen. Wir beraten uns ein. Wir machen gerade unser Frühstück mit Speck und Zwiebeln. Wir machen gerade unsere Frühstück mit Speck und Zwiebeln. Ich danke, dass wir das Frühstück mit Speck und Zwiebeln sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Außer WLAN. Da brauchen wir nicht. So, wir verlaufen. Ne? Ja. Tschüss. So, wir sind gerade noch in Oberwesen. Wir haben gerade schon gefrühstückt. Und fahren jetzt weiter mit der Richtung Bingen. Wunderschön hier. Kurz vor Loreley. Also, wir lassen jetzt hinter uns. So, wir lassen jetzt hinter uns. So, wir lassen. So, wir haben ja schon wenig Medaille in den Hackel gehauen. So, wir haben ja schon wenig Medaille in den Hackel gehauen. So, die Sonne knallt. Der Tacho zeigt noch 24 an. 24 Grad. Der Tacho, ja. 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 Der Tacho zeigt noch ein Loch in den Hackel. Mein armer Schatz mit dem Hackel nicht mehr ein. Ja. Nie wieder. Dann lieber weniger l平. Das gehört schon gut zu sehen. Tischenstuhl und ein großes Zelt. Ich hab grad gedacht, ich spielte die Auge oder was? Jetzt haben wir sie aufgeweckt, ein bisschen ab Schlaf. Jetzt ist die Sonne weg. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020